Nur noch Remakes, Reboots und Franchise-Filme. Filme werden irgendwie immer schlechter. Und wer ist schuld? Wir, ihr, wir alle. Und warum? Darüber reden wir jetzt. Ich finde, es gibt zwei Hauptprobleme, warum wir immer mehr schlechte Filme bekommen. Und wir sind Teil von allem. Wir alle. Wir alle sind daran schuld. Und das erste Ding, was wir mal durchgehen wollen, ist, dass ich glaube, dass wir denen einfach unser Geld in den Arsch stecken. Also, da sind so viele Filme. Ich meine, so eine von den Reihen, die immer wieder genannt wird, wenn es um dieses Thema geht, ist zum Beispiel Transformers, wo sich Leute in den Mund vor sich reden. Warum gehen wir da rein? Und ich bin Teil davon. Und wer saß im IMAX bei Transformers 4 mit Popcorn? Ich. Also, ich darf eigentlich gar nicht meckern. Es gibt so Sachen wie Suicide Squad, wo ich weiß, dass jeder den Kacke fand, als er damals rauskam. Also nicht der James Gunn, sondern der davor. Und trotzdem hat er unendlich viel Geld gemacht. Furchtbar. Ich war da nicht im Kino. Nee? Bei Suicide Squad? Nein. Und auch nicht bei Transformers. Respekt. Ja, ich meine, wir werden auch da reingezogen, weil es halt Franchise-Sachen sind. Das ist das Ding, ne? Es gibt natürlich auch deutsche Varianten davon. Du meintest vorhin Chantal Märchenler. Wie viele Zuschauer hat er da? Zwei Millionen. Zwei Millionen Menschen sind da rein. Das ist fast ganz Berlin. Schämt euch. Wirklich, schämt euch. Ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht ist er ja toll. Ich weiß, dass Ivi ihn scheiße fand. Ich weiß, dass Sebastian ihn scheiße fand. Ich habe ihn gesehen in der Pressevorführung. Ich habe kein Geld dafür bezahlt. Und ich fand ihn unfassbar grauenhaft. Ja, genau. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt Filme, die untergehen. Natürlich vor allem vor allem immer kleine Filme, die bestimmt ihre Fans auch finden würden, wenn Leute da mehr reingehen würden und dann ihr Geld machen würden. Und dann würde man davon vielleicht mehr sind. Oder von den Regisseuren zumindest. Du hattest vorhin noch auch sowas wie Dungeons & Dragons angesprochen. Oh mein Gott, ja. Das war wirklich genau das, wonach alle Leute geschrien haben. Es ist Spaß. Es ist mal eine neue Idee. Ich meine, ja, durch Dungeons & Dragons basiert es auch auf einer IP, aber jetzt keine, die schon so ausgelutscht ist wie andere Sachen. Es ist Buddy-Spaß. Es ist Abenteuer. Es ist ein Genre, das viel zu selten heutzutage noch bedient wird. Und es ist gute Action. Es sah nicht so krass billig aus. Und es ist gefühlt niemand reingegangen. Ja, ich wollte mir den auch noch ansehen. Wirklich, es hat so viel Spaß. Ich war da zweimal drin. Ich war da zweimal drin. Wo wart ihr alle? Um mich zu unterstützen, ja. Und ich meine, das ist das Plädoyer, was ich auch ein bisschen geben will. Also wir haben immer noch, ich glaube, man fühlt sich so machtlos mittlerweile im Kino. Aber wir haben schon die Macht, mit unserem Geld zu entscheiden, was produziert werden soll. Ich meine, man sieht es ja jetzt auch bei Marvel. Kaum gehen die Einnahmen runter und sowas. Auf einmal, oh, wir müssen irgendwas ändern. Sondern ob wir mit den Entscheidungen, die sie jetzt machen, zufrieden sind, ob das funktionieren wird, sowas steht auf einem anderen Zettel. Aber man sieht, dass es irgendwelche Auswirkungen hat. Ich finde auch, die Studios haben genauso viel Mitschuld. Wir versuchen nur immer mitzureden. Da komme ich gleich noch zu. Das ist nämlich das andere Problem. Aber ich finde, es hängt natürlich mit diesem Franchise-Gedanken zusammen. Wir gehen da rein, weil wir irgendwie, es ist auch diese Meme-Kultur. Wir wollen Teil von dieser Diskussion über schlechte Filme sein. Madame Web hat auf Netflix auf einmal Riesenzahlen gemacht. Ja, oder so eine Scheiß wie Emily in Paris. Wird ja auch geguckt. Genau, ich glaube, wenn Suicide Squad damals kein DC-Film gewesen wäre, dann wäre da auch irgendwie nach zwei Tagen keiner mehr reingegangen. Aber wir wollen halt alle Teil von diesen Universen-Dingen und sowas sein. Ich finde, es spielt auch noch ein bisschen mit rein. Man muss ja auch zugeben, das Kino ist teuer und dann will man nicht unbedingt was riskieren. Und dann geht man lieber in irgendeine IP, die man kennt und irgendwie in den hundertsten Teil von Fast & Furious. Macht das einfach nicht. Also dann geht man lieber seltener ins Kino und wagt mal was und liest sich vorher irgendwie, also natürlich nicht den ganzen Plot, aber eine Zusammenfassung durch oder guckt eben Videos wie unsere oder halt eure Filmkritiker des Vertrauens. Und dann entscheidet man danach, aber halt nicht einfach immer nur blind irgendwo rein, weil es macht doch nie wirklich glücklich. Ich denke, das ist die Wechselwirkung. Die Studios wollen natürlich immer Erwartungen erfüllen. Die wollen vorhersagen, was Leute sehen wollen. Deswegen gehen sie auf die Franchises und wir gehen in die Franchises. Aber der Fokus sollte doch auf guten Filmen sein und nicht darauf, den möglichst großen Film wie Leinwand zu machen oder halt einfach nur in Franchises zu bedienen. Es gibt jetzt ein aktuelles Beispiel, da hat sich das sehr wörtlich genommen. Kevin Costner hat ja jetzt ein Herzensprojekt verwirklicht. Und ich glaube, da müssen wir mal kurz in diese Welt da reinschauen. Es war einmal von langer, langer Zeit, als sich ein junger Hardy in den wilden Westen aufmachte, um dort nach Horizon zu suchen. Dem Ort, an dem die Siedler einen neuen Anfang wagen können, an dem die Sonne immer aufgeht und an dem Filme immer gut sind. Horizon, der Ort, an dem... Warte mal, das ist doch nicht Horizon. Horizon, der Ort aus dem neuen Kevin Costner-Film, der das heimliche Kino-Event des Jahres sein soll. Das Western-Epos, für das Kevin Costner sogar Yellowstone verlassen hat und es jetzt das letzte große Highlight seines Lebenswerkes sein soll. Andre, mach mal richtig Wild West here. No way. Another one. Nein. Äh, sorry, Hardy, aber da können wir auch nichts machen. Costner hat für seinen Horizon 100 Millionen Dollar investiert, damit das alles fett und echt aussieht. Da musst du schon ins Kino für gehen. Na gut, dann reite ich mal los. Von Oscar-Preisträger Kevin Costner kommt das Kino-Event des Jahres. Nachdem dem Wolf tanzt und Yellowstone kehrt der Western zurück auf die große Leinwand. Ach ja? Horizon, nur im Kino. So, howdy, wir sind wieder zurück. Wir haben gerade darüber gesprochen. Wir sind mit daran schuld, weil wir halt denen auch unser Geld geben. Die andere Sache ist, was ich finde, was mit das größte Problem danach ist, was aber ein bisschen komplizierter zu erklären ist, ist, dass die Fans immer mehr mitreden wollen auch. Allein durch Internetseite und sowas. Die Studios hören da auch mehr drauf. Und das ist sehr zweischneidig, finde ich. Also es gibt auf jeden Fall positive Beispiele, wo sowas, was Gutes vielleicht gebracht hat. Also sowas, ich denke an sowas wie Sonic. Äh, Miau. Dass wir halt nicht diesen komischen, diese komischen Augen da bei diesem Igel bekommen oder was das auch immer sein sollte. Oder das Casting von Ahsoka Tano. Das Casting von Ahsoka, ja, genau. Wir haben zum Beispiel, finde ich, auch das Deadpool-R-Rating. Das ist durchgekommen, weil Fans immer wieder danach gefordert haben. Und das hat ja auch wirklich was fürs Kino verändert, dass wir halt wieder R-Rated-Comedien bekommen. Wieder das, wonach so viele Leute gelechts haben ja damals, diese Filme für Erwachsene, die trotzdem irgendwie Blockbuster sind und Spaß machen und sowas. Aber es geht natürlich auch total nach hinten. los, weil, ähm, ich glaube, trotzdem kannst du halt nie alle bedienen. Nie. Und dann, naja, ist ja dieser klassische Spruch, wenn du alle glücklich machen willst, machst du halt keinen glücklich. Ja, das merken wir ja auch. Also wir können niemals euch allen gerecht werden. Dann würde hier so ein super langweiliges Video daraus entstehen. Deswegen muss man eigentlich da im besten Fall auf sich selber hören und halt auch einfach risikoreich sein. Und das hat mir auch, ich meine, everything, everywhere, all at once. Wirklich alle haben darüber geredet und dann nochmal alle, als das dann nochmal so wirklich in der ganzen Welt übergeschwappt ist. Und es war ein Riesenerfolg oder auch sowas wie Parasite. Und in Deutschland würde man wahrscheinlich, ich meine, es gibt schon einen Grund, warum der Film Crazy Rich Asians in Deutschland nur Crazy Rich heißt, weil sie glauben, oh nein, solche Geschichten, das interessiert hier nicht, das müssen wir anders vermarkten. und da ist es dann halt schon mal ein Risiko zu sagen, oh, wir erzählen jetzt sowas und es hat sich einfach total bezahlt gemacht. Ich habe ja das Gefühl dadurch, also als ich in Doctor Strange 2 saß und dann John Krasinski auftaucht, da dachte ich, okay, cool, ja, weil ich diese ganze Diskussion mitbekommen habe und sowas, aber das wird doch in ein paar Jahren total verpufft sein auch mit dieser Applauspause, die da noch hinter ist und sowas. Es war ein cooler Moment für den Moment, aber nicht für die Zukunft. Ich fand es nur ein bisschen nervig, um ehrlich zu sein. Hallo, Steven. Das war der einzige Moment, der mich nicht gefordert hat und ich bin, was Marvel angeht, freue ich mich eigentlich schon oft über Filme. Ja, ich fand es cool, aber es ist halt so ein Ding, wo Filme dann eher zu Fanfictions werden. Ja. Und das ist doch wirklich nicht das, was sie wollen, weil die Sache ist ja auch, am Ende möchte ich doch ins Kino gehen und auch irgendwie überrascht werden, wirklich, und nicht dann das Cameo gezeigt bekommen, zum Beispiel, was eh jeder wollte und dann geben sie es einem halt. Oder die Geschichte, die man wollte. Deswegen glaube ich ja übrigens, dass so AI-Skripte schreiben und sowas nie so richtig funktionieren wird oder, was dann alle mal die Angst haben, so jeder macht dann nur noch den Film, den er sehen will, weil ich glaube, im Endeffekt ist das das, was ermüdend ist, auch bei Marvel jetzt gerade und sowas, weil wir wollen ja überrascht werden. Wir wollen, dass wir irgendwie eine Geschichte kriegen, mit der wir nicht gerechnet haben, die uns neuen Blick gibt und sowas und das geht halt, finde ich, verloren dadurch. Es sind auch so Konsensprodukte dann irgendwie, die halt alle befriedigen sollen und im schlimmsten Falle kommt sowas raus, was so weit daneben schießt, weil sie sich halt so voll kalkulieren, wie dann mit den Star Wars Sequels, wo halt wirklich, da ist ja das perfekte Ding, dass sie halt, wir wissen alle, die hatten keinen Plan, deswegen haben sie irgendwann nur noch reagiert auf das, was die Fans gesagt haben zum aktuellen Teil. Ja. Dann kommt aus Episode 7 auf einmal was, also du kannst da nicht mehr konträr gehen als Episode 7 und Episode 8. Obwohl ich da eher finde, dass Rian Johnson noch seinen eigenen Weg gegangen ist und eher im Umkehrschluss dann J.J. Abrams gesagt hat, oh nein, 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 lass mal wieder alles zurück, mach mal so, wie die Leute das wollen. Aber von Disney selbst. Ja. Das ist halt, okay, wir befriedigen alle Fans und dann, okay, das haben doch ein paar gesagt, das ist eigentlich nur Episode 4 Remake und sowas, dann lassen wir jetzt Rian Johnson komplett sein Ding machen und das fanden doch wieder alle scheiße, jetzt machen wir Episode 9 und das war ja wirklich, also ich mochte 7 und 8 beide ganz gerne, aber Episode 9 ist ja wirklich komplett der Vollschrott gewesen. Der Kurs am Ende, Die Welt ist nicht schwarz-weiß, es gibt nicht nur Pro und Contra da, es gibt auch Mixes sowas, ich finde, das Comeback von Robert Downey Jr. ist jetzt so ein Ding. Wir wissen natürlich nicht, wie es dann wird, ob es funktionieren wird und sowas, aber ich finde, das ist so ein Ding, ich habe ja zum Beispiel bei, jetzt setze ich mich wieder ins Wespennest, aber bei Prometheus gesagt so, ich glaube Ridley Scott wollte einfach einen Cypher-Film machen, aber er hat nur Geld bekommen, weil er es Alien genannt hat oder einen Alien-Film draus gemacht hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl oder die Hoffnung, dass Marvel das jetzt macht mit Robert Downey Jr., dass sie sagen, okay, wir gehen dieses Kompromiss ein, wir holen ihn zurück, damit Leute reingehen und dadurch können wir dann wirklich mal was Neues aufbauen, weil wir nicht dann unbedingt neue Schauspieler, neue Helden, alles neu, sondern wir haben ein bisschen, okay, wir haben unser Flaggschiff mit RDJ, dass wir gehen Leute rein und dann können wir darum vielleicht ein bisschen was Neues versuchen. Das ist zumindest meine Hoffnung, was sie damit machen. Meine Hoffnung ist ein bisschen, dass sie einfach alle verarschen und er wirklich bis auf einen kurzen Moment am Anfang von Fantastic Four nur seine Maske tragen wird, wie es der echte Doctor Doom nämlich auch macht. Und dann sind alle richtig sauer. Ja, das wäre so ein Mandalorian-Ding halt. Nur ich denke mir. Ja, um das alles irgendwie zusammenzufassen, was ich mir wünschen würde oder um ein bisschen einen Weg oder den Licht am Ende des Tunnels zeichnen zu wollen, so was man da machen kann, ist glaube ich das Ding, dass halt beide Seiten, und vor allem wir als Fans, weil nur das können wir beeinflussen, ein bisschen mehr Risiko eingehen, uns auf neue Stoffe mal wirklich einlassen. Ich habe auch das Gefühl, es gibt so Filme, da geht es dann auch wirklich nur darum, weil wir so festgefahren sind, unsere Wünsche erfüllt zu bekommen und so was, wo wir uns gar nicht mehr schaffen, auf was Neues einzulassen, mal zu gucken, wollte der Regisseur, was wir auch schon bei den Buchverfilmungen hatten, du hast das Buch, das wird verfilmt und du möchtest am liebsten das haben, was dir das Buch gegeben hat. Ja. Aber dadurch verpasst du halt die Chance, so zu gucken, was vielleicht der Regisseur draus machen wollte und so was. Und es gibt ja unzählige Beispiele, jetzt nicht nur, ob die dann schlecht aufgenommen sind oder schlecht laufen, als sie rauskamen, wo wir jetzt uns dann nachfragen, wie konnte das sein? Ich weiß so was wie Fight Club damals, hat glaube ich nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Ich habe ja so was wie Donnie Darko stehen, der erst so durch die Videotheken-Ära irgendwie dann groß wurde, Blade Runner war so ein Ding, Blutige Fad Gottes, das Ding aus einer anderen Welt, so Sachen, wo wir heute denken so, krass, das fanden Leute damals kacke, oder Leute hatten kein Interesse, da reinzugehen. Das ist halt auch das Problem, weil du hast jetzt nicht mehr diese sicheren DVD-Käufe, die einen hohen Prozentsatz einnehmen, weil die meisten Leute halt streamen. Shame on you und auch an mich. Aber ich finde ja, Risiko ist da wirklich das gute Stichwort. Du kannst ja auch durch Streaming genau auch sowas entdecken dann. Ja, aber es geht ja eher um, dass die Studios dadurch halt wieder Geld reinkommen. Ja, das stimmt. Also das hast du halt jetzt einfach nicht mehr. Durch Streaming wird nicht so viel Geld verdient und da ist man dann halt risikoscheuer. Aber ich finde nicht mehr, also ich finde Risiko ist ein sehr gutes Stichwort für beide Seiten, Studios und das Publikum. Aber ich finde tatsächlich auch, was sehr wichtig ist, ist aus den Sachen lernen. Also ich habe das Gefühl, ganz oft werden falsche Ergebnisse oder falsche Schlüsse gezogen, wie jetzt mit dem Barbie-Film. Auch wenn ich den furchtbar fand, der kam sehr, sehr gut an. Und was sagen sich dann die Studios? Lass mal mehr Filme über Spiele machen. Und so, nein. Wir brauchen keinen Poly-Pocket-Film, wir brauchen keinen Barney-Film. Also es muss jetzt nicht... Aber das soll ich aber doch sehen. Ja, aber was soll da für eine Geschichte draus entstehen? Ja, und ich glaube, wenn wir bei uns anfangen, so das ist jetzt richtig Therapie hier für uns Filmfans, wenn wir bei uns anfangen, da zu gucken, was wir ändern können, wenn wir diesen neuen originellen Stoffen mehr eine Chance geben, nicht nur, dass wir da reingehen, sondern dass wir denen auch vielleicht mal ein bisschen Zeit geben, weil es vielleicht was Neues ist, womit wir erstmal klarkommen müssen auch oder sowas, dann glaube ich, dass auch die Studios ein bisschen risikofreundiger sind, weil wir die halt ausprobieren lassen, so irgendwie neue Regisseure mal starten zu lassen, deren Ding zu machen, sich auch zu entwickeln und sowas. Ja, auch so Low-Budget-Filme. Also auch mal wieder mein großer Traum, ich wünsche mir so sehr, die Rom-Coms zurück ins Kino. Diese wirklich entspannten... Generell-Comedien. Ja, generell, allgemein, ne. Big Mama's House 4. Ja, aber safe. Also sowas, ich meine, was ich als Rat geben kann, auch für den kleinen Geldbeutel, geht in Sneaks. Geht in Sneak-Previews, wo ihr einfach keine Ahnung habt, die sind meistens ja eh günstiger und da entdeckt man so oft Sachen, die man sonst wahrscheinlich niemals angucken würde, weil man, weiß ich nicht, dann kennt man die Personen nicht, die da vor der Kamera oder hinter der Kamera sind oder der Titel spricht einen nicht sofort an oder das ist ein Genre, wo man sagt, dafür gehe ich nicht ins Kino. Aber das erlebt man dann alles in der Sneak und dann kann man dann sagen, geiler Film, da gehe ich jetzt nochmal mit Freunden rein und sage denen, guckt euch das an, weil das ist geil und dann sehen das die Studios, dass das doch irgendwie Geld bringt und dann leben wir wieder in einem vielfältigen Kino und dann ist alles wundervoll. Ja, ich denke auch, dafür sind ja diese Kino-Abos, die immer trendiger werden, auch gut, dass man halt sein Abo hat und deswegen auch Sachen ausprobieren kann, einfach Sneaks sind super. Streaming-bedingt natürlich, weil du kriegst wahrscheinlich durchs Kino mehr Geld und sowas, aber man sieht es ja auch, im Spielemarkt, durch den Game Pass und sowas, kommen auf einmal Indie-Spiele ans Licht, die sonst niemand sich geholt hätte und da kannst du sie halt kostenlos probieren und dann werden die auf einmal groß. Ja, deswegen Leute, ich meine, ich habe die Filme genannt, so wenn sowas wie Donnie Dark und sowas, Blade Runner und sowas einfach vielleicht auch Glück hatten, was liegen noch für Perlen verborgen in diesem Filmdschungel? Mit jeder Woche kommen neue Filme raus und vielleicht übersehen wir einfach so viele, die gut sind und dann müssen wir uns auch nicht mehr darüber beschweren, dass so viele Filme schlecht sind. Sag mal, wie ihr das seht, was es noch für Beispiele gibt, wo Filme übersehen wurden, was ihr vielleicht denkt, was hätte mehr Aufmerksamkeit verdient? Schreibt uns das in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Guten Flug.